Eventuell sind wir im Moment an der Schwelle eines neuen Dramas. Wir haben darüber gehört, an vielen Stellen immer wieder gab es Feedback zu der Situation in China. Natürlich Evergrande ist ein ganz großes Thema. Markus Fugmann hat sehr intensiv das Thema aufgegriffen, viel Hintergrundinformationen. Wir gucken uns das gleich am Chart mal an. Wir können uns Hongkong unter anderem mal angucken, also wir blicken mal über den Tellerrand hinaus. Aber bevor wir das gleich tun, wollen wir erst mal auf den DAX gucken, denn er ist doch versöhnlich. Wollen wir es doch mal was Positives sehen? So sieht eine gute Marktbewegung aus, in diesem Fall nach oben. Und wer jetzt sagt, das hätte sie mir vorher sagen müssen. Ja, tatsächlich, das ist etwas, was ich gerne abwarte. Ich möchte sehen, dass der Markt auch auf irgendwas reagiert. Klar, die ganz Mutigen, die kaufen an solchen Unterstützungsmarken. Wir haben es hier angezeichnet, wir haben es hier auch schon angesprochen. Das Tief hier aus dem Juli, das kann man durchaus für eine Unterstützung erst mal nehmen. Manch einer geht da ein bisschen aggressiver mal long und sagt sie, ich versuche es einfach. Was soll passieren, wenn es doch durchrutscht? Dann gehe ich halt 100 Punkte tiefer raus, habe halt 100 Punkte verloren. Wenn es aber nach oben geht, wie in diesem Fall jetzt, hätte ich sogar dreieinhalb, 100 Punkte weg. Nach oben und vielleicht ja sogar noch mehr. Ja, und tatsächlich ist das eine gute Nachricht, denn die Bewegung, die wir hier nach oben haben, die gefällt mir bisher super. Wie muss eine Bewegung aussehen, um mir zu gefallen? Na gut, darauf kommt es wahrscheinlich nicht so sehr drauf an. Aber wie sollte sie aussehen, damit sie auch mehr verspricht? Sie sollte ein wenig Stärke zeigen, ohne großes Rhyborium. Klar, die darf mal Pausen haben, sie darf mal zwischendurch zurückfallen, aber eine relativ starke Bewegung symbolisieren. Anschließend irgendwas wackeliges A, B, C oder wackelig in die Gegenrichtung ist völlig in Ordnung, um dann das Bild, was wir vorne haben, dann hinten raus dann nochmal zu bekommen. Das wäre etwas, was ich gerne mag. Und wer im 15-Minuten-Chart auf den DAX-Index jetzt hier mal schaut, der sieht, das haben wir doch hier versuchsweise zumindest mal hier im ganz Kleinen, hier das Wackelige, jetzt diese Geschichte. Vielleicht ist das jetzt hier so die Endphase, das ist ja so etwas, was ich immer wieder im Größeren auch mal angesprochen habe. Guckt es euch hier an. Da haben wir das hier quasi auf der größeren Ebene ganz genau so da, dann haben wir nochmal das und dann ging das hier wackelig hoch. Hier so diese Endphase, das Ganze und danach kommt erstmal eine Pause. Ihr seht, ich argumentiere hier auf ganz unterschiedlichen Zeitebenen, wo man auch sagt, sag mal, ist der denn verrückt? Hier auf Tagesbasis ist es noch ganz anders als auf 15-Minuten-Basis. Eigentlich gar nicht so sehr. Natürlich die Gap-Gefahr, die ist dann da und da werde ich gleich noch was dazu sagen. Die wird sicherlich auch die nächsten Tage nochmal erheblichen Einfluss haben können auf oder die Situationen, die außerhalb der Handelszeiten passieren. Aber ihr seht, das sind typische Verhaltensmuster. Und wenn jetzt hier irgendwie sowas A, B, C mäßig käme, wenn hier irgendwas A, B, C mäßig käme, hätte man dann sogar die Möglichkeit über den Zwischenhochs, so ähnlich wie das hier eben der Fall war, die Möglichkeit dann zu sagen, naja gut, aber sowas in der Form, nee, machen wir es ruhig mal als Gesamtstrecke hier. Also sowas in der Form hier, da hätten wir doch nochmal Chancen. Ihr seht, da baut sich gerade was auf und das ist in diesem Fall sogar positiv konnotiert. Warum? Weil dieser erste Teil bis jetzt zumindest mal sehr bullisch eben gelaufen ist. Wichtig ist jetzt, dass die nächste Bewegung korrektiv ist. A, B, C ist ein Klassiker, das kann so aussehen, das kann auch ein bisschen zackiger, steiler sein, aber auch das ist eben eine klassische A, B, C Bewegung. Ich lösche das da oben mal raus, dann haben wir da wieder ein bisschen mehr Überblick. Aber ihr seht ungefähr, worauf ich hinaus will, das ist hier beim DAX sehr, sehr realistisch möglich. Was würde diese Idee kaputt machen? Also diese Idee, dass das da hinten nochmal drankommt. Das ist relativ einfach, wenn eben nicht sowas kommt, sondern wenn die nächste Bewegung so passiert. Auch das gibt es immer wieder mal, dass man sagt, Mensch, jetzt müsste es doch eigentlich relativ gut nach oben sich weiter fortsetzen. Aber hin und wieder ist es so, wenn wir so eine Bewegung haben, die dann hinten, ich mache das hier mal so 1, 2, 3, 4 und dann so dieses Wackelige, die dann sagt, ja, Pustekuchen, nicht wackelig runter, sondern dynamisch. Das kann passieren. Deshalb ist es wichtig zu gucken, passiert das, brauche ich nicht long zu gehen. Passiert das, dann kann ich long gehen, wenn wir dieses Zwischenhoch hier beispielsweise übersteigen. Ich weiß, das ist eine Bestätigung, die wir uns angewöhnen müssen als Händler auch abzuwarten. Man möchte ja immer, ja, ich möchte aber sofort. Klar, möchten kann man das schon, aber dann hat man halt das Risiko, dass eventuell das kommt, denn das können wir nicht gänzlich ausschließen, denn wir haben nicht nur im Chart solche Situationen, auch wenn das hier nicht das typische Bild wäre, aber wir haben auch von der fundamentalen Seite Situationen, die uns manchmal da quer liegen. Also da drauf aufpassen und dann könnt ihr noch die Größe ein bisschen ins Kalkül ziehen. Das ist Fibonacci. Da nimmt man einfach den tiefsten Punkt zum höchsten Punkt der Bewegung und dann weiß man, wenn dieser Rücksetzer irgendwo in diese Kiste, diese drei Linien, die solltet ihr euch merken, 38, 20, 1 bis 61, 8, darf ein bisschen drüber oder drunter liegen, aber wenn das ungefähr so dieses Ausmaß hat, dann haben wir alles, was wir brauchen, Trigger hier auf der Oberseite für die Longseite. Na cool, das ist doch nicht ganz schlecht. Das bedeutet doch, dass wir immerhin eine realistische Chance haben, dass der DAX doch noch wieder nach oben kommt und vielleicht das schon das Ganze war. Tatsächlich ist es so, dass es sein kann, auch wenn ich ein bisschen tiefer mir noch mehr gewünscht hätte, nicht aus Brusthaftigkeit, sondern um das Bild einfach noch ein bisschen runder zu machen, hätte ich dieses Tief bei 14,800 noch mehr gemocht. Aber theoretisch kann das schon ausreichen, was wir hier haben. Wenn es noch tiefer geht, diese Marke hier ungefähr bei 14,600 oder wie viel ist es da oben, ist 14,200 und hier ist 14,0100, so ungefähr, ganz grob jetzt gerechnet. So diese Zone, das wäre dann das nächste Auffangbecken sozusagen. Und auch dann wäre das übergeordnete bullische Bild noch in Ordnung. Erst da drunter wird das gefährlich. So und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt, nämlich wir wissen ja alle, die Bewegung liegt ja jetzt nicht an den Marken. Das ist ja nur die Reaktion der Marktteilnehmer darauf. Getrieben wird das Ganze im Moment sehr stark aus Hongkong. Da wird im Moment nämlich eine Angst importiert, nämlich in dem Stichwort Evergrande passiert da irgendwie was Schlimmes. Und das nicht nur eben für das Unternehmen Evergrande, sondern sogar für die ganze Immobilienbranche in China. Und wenn China wackelt und wenn China hustet, dann wird die restliche Welt wahrscheinlich auch krank werden. Und da wir eh in einem relativ fragilen System unterwegs sind, wo die Notenbanken ja auch ein bisschen auf, nö, nö, das wird alles schon ganz gut werden. Aber wenn die Angst dann doch größer wird, kann das wirklich den Markt generell ins Wanken bringen. Deshalb ist es so wichtig, beim DAX die Marken, die ich eben mal angesprochen habe, im Auge zu behalten. Bleiben wir oberhalb. Erstmal alles safe. Gehen wir da allerdings drunter, dann wird es kritisch. Vorläufig ist das noch nicht erkennbar. Ist das noch nicht wirklich, dass sich das abzeichnet. Es wäre noch machbar, dass der Markt die Kurve kriegt. Wie kann der die Kurve kriegen bei diesen schlechten Nachrichten? Wir haben aktuell Mondtag. Und zwar nicht nur am Dienstag, nicht nur gestern. Wir hatten einen Feiertag, das Mondfest in China, das bis heute andauert. Das heißt, Shanghai ist zu. Da gibt es noch überhaupt keinen Impuls, keine Impression, was da der Markt eben aktuell tut. Hongkong allerdings hat es genutzt, auch heute noch. Die sind heute ebenfalls offen gewesen, noch mal ein bisschen runterzufallen. Hatten sich gegen Ende dann doch wenigstens ein bisschen wieder erholt. Aber man sieht schon, gute Laune nach oben sieht halt anders aus. Und wenn man sich das mal so ein bisschen intraday anguckt, der DAX hat es schöner hingekriegt, diese Recovery hier, diese Gegenbewegung. Da kann man jetzt nicht unbedingt sagen, dass das jetzt hier stärker ist. Morgen wird vielleicht dann aus dem Politbüro der großen und einzigartigen Partei in China das entspannende Signal kommt, macht euch keine Sorgen. Papa zahlt schon. Da kam schon ein Feedback vor ein paar Stunden zu mir, von wegen, ja, aber 300 Milliarden. Naja, wir dürfen das nicht vergessen, dass die amerikanische Notenbank jeden Monat anderthalb, hätte ich fast gesagt, ne, 120, nicht anderthalb, 120 Milliarden in den Markt pumpt. Dann wird China, wenn es um Gedeih und Verderb geht, im Zweifelsfall auch gewillt oder bereit sein, eine Menge Geld in die Hand zu nehmen und zu sagen, um mal berühmte Europäer zu zitieren, whatever it takes, es wäre denkbar. Wir wissen allerdings auch, dass die Chinesen im Moment, angeführt eben von Xi Jinping, ein bisschen auf der Seite sind, naja, aber wir wollten euch auch entmachten. Ich weiß nicht, wohin das Ganze führt. Kein Mensch weiß das und das ist wahrscheinlich gerade die Sorge, die an den Märkten umgeht. Deshalb, es ist ein Rätselraten, was passiert. Die Marktteilnehmer, solange sie typischerweise über den Marken sind, da blicken wir nochmal schnell auf den Dow Jones, beim Dow Jones wären das zum Beispiel die 33.000, bis dahin ist alles noch in einem ganz normalen Lot. Ein Rücksetzer bis in diesem Bereich wäre nichts Außergewöhnliches. Seid euch da also nicht, jetzt lasst euch nicht Angst und Bange machen. Es ist natürlich doof, klar, wenn man da oben gekauft hat, erst recht, aber das sind Verhaltensmuster, die in diesem Aufwärtsarm völlig normal sind. Geht es da drunter, unter die 33.000, und damit meine ich jetzt nicht 100 Punkte oder 200, geht es massiv, hatten wir immer nochmal um die 32.000, ein bisschen Unterstützung. Wenn wir da auch durchfallen, dann allerdings muss man sich Gedanken machen, die Marktteilnehmer nehmen positive Indizien offensichtlich nicht wahr, die nutzen die Chancen, die aus solchen Unterstützungen sind. Unterstützungen sind keine Umdreher. Unterstützungen sind sozusagen kleine Äste, an denen man sich festhalten kann, wenn man im großen Strom bergab getrieben wird sozusagen. Und wir müssen jetzt gucken als Marktteilnehmer, wird diese Chance ergriffen oder nicht? Das ist die Kunst dieser Linien oder wie man damit umgeht. Nicht, dass der Kurs da zwangsweise dreht. Das ist nicht damit gesagt. Noch ist es allerdings alles in Ordnung, weil das Ausmaß eben noch völlig harmlos ist im Verhältnis zu dem, was wir sonst hatten. So, ich will es dabei mal in diesem Moment belassen, weil viele sorgen sich jetzt natürlich, was man da tun kann. Wir sollten da ein wenig das Auge drauf werfen, in dem Gedankengang, ob die Bewegung, die wir jetzt hier nach oben haben, vielleicht sogar aufgegriffen wird. Wir sehen auch hier beim Dow Jones, zumindest damit will ich es dann abschließen, die Chance, dass das Ganze so eine 1, 2, vielleicht 3, 4, 5er Kiste wird und jetzt hier vielleicht irgendeine Korrektur mit Chance auf eine Fortsetzung nach oben. Das wäre ja was. Was wir dafür aber nicht brauchen könnten, wäre, dass der Kurs hier weggeht. Deshalb ist sowas wie eine Bestätigung immer ein Hilfsmittel. Kein Beweis, aber ein Hilfsmittel, um vielleicht doch noch in den Markt zu kommen. So, in diesem Sinne, unsere ganz konkreten Einstiegsmarken, die kriegt ihr dann ja sowieso wieder über Born for Trading dann aufs Smartphone geschickt oder dann auch, Entschuldigung, gegebenenfalls über den Trade des Tages. Meldet euch also an, falls ihr es nicht eh schon seid und die Nachrichten darüber kriegt, schaut euch das sonst selber auch mal an unter diesen Aspekten und unter diesen Kriterien. In diesem Sinne euch erstmal alles Gute und liebe Grüße.